Das Rumblefix hier auf der großen Bühne eröffnet jetzt, ja, ich sag mal, diesen Teil der Bühne für den heutigen, äh, dritten Tag der 9. Bismarcker Rocktage. Grunge und Wave, die Bands gibt es seit 26 Jahren, neu besetzt seit 2002. Drei CDs gibt es von denen, gibt es da vorne am Merchandise-Stand, genauso wie die CDs von den Lauschern, die ihr gerade gehört habt. Schön, dass schon einige Leute jetzt sich hier eingefunden haben, können noch ein paar mehr werden, aber ich denke mal, ihr kommt damit klar, ne? Gut, prima, das freut mich. Und ihr freut euch jetzt bitte auf Rumblefix mit ihrem Programm. Dankeschön. Das Rumblefix mit ihrem Programm. Der 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 Ein herzlichen Applaus nochmal für die drei Herren.